Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer. Ich wollte gerade Let's Play Minecraft sagen. Und ja, wir spielen jetzt wieder. Herrschaft. Es ist genau eine Minute nach der letzten Folge. Hat sich also nicht viel geändert. Hoffen wir, dass die Server diesmal erhalten. So halb haben sie ja beim letzten Mal gehalten. Außer einen Fehler, aber gut. Und ja. Ich bin wie mit dem MG. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, weil ich da jetzt freigeschalten habe. Ich habe einfach direkt weiter gemacht. Ähm, ja. Also habt ihr auch nochmal aufgehört und dann ja weiter gemacht. Dann lassen wir das MG jetzt mal. Ne, ich bin jetzt mal wieder mit dem da. Mit dem da. Jetzt versuche ich mal die Trophäe da zu machen. Vielleicht ging es da hin. Vielleicht. Aber ist ja nie. Wäre schön. Hätten wir das schon mal hinter uns. Was fehlt denn dann noch? Genau die Trophäe. Ja, ich nur die. Den kriegen wir nicht. Den kriegen wir nicht. Nehmen wir uns A. Das ist aber keiner. Wir verlieren C. Alpha ist abgesichert. Wir haben C verloren. Und bei jedem Sprung sieht man auf der Karte, wer, sie, sehen die Gegner uns. Also jedenfalls soll. Wir verlieren A. B ist abgesichert. Wir verlieren B. Feindliche Drohne gesichtet. Wir verlieren D. Wir verlieren D. Feindlicher Geist im Operationsgebiet. Den habe ich nicht gesehen. In die Offensive gehen. Feindliche Drohne nähert sich. Ernsthaft? Wir haben den jetzt? Jetzt schon. Feindlicher Hellstorm über uns. Feindliche Drohne gesichtet. Achtung! Feindliches, verstärktes Geschütz gesichtet. Achtung! Feindlicher Hater im Operationsgebiet. Ich habe ihn getroffen, ja. Ich mache den nichts. Keinen Druck drauf. Charlie wird gesichert. Oh Gott. Wie chaotisch das hier jetzt schon wieder ist. Na egal. Was soll's? Achtung! Wieso sehe ich die denn nicht mehr? Das kann doch nicht sein. Ey, das ist doch... Jetzt ist doch wieder die Verbindung. Ich habe zu ruckeln. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Feindlicher Hater entdeckt. Alpha gesichert. Ich meine, das ist immerhin mein erstes Spiel von COD, wo es auch Server gibt. Auszähl ich da jetzt mal nicht zu. Wir verlieren A. Aber... Los. Hätte ich nicht einsetzen. Naja. Ich sollte einsetzen, dann los. Achtung! Feindlicher Hellstorm unterwegs. Sichern Alpha. Das hier hältst du mich auf A gegangen? Achtung! Feindliche Vorräte von oben. Und da sind wir schon wieder weg. Ey, das ist doch... Alpha ist abgesichert. Feindlicher Hater über uns. Kommt der jetzt mal... Da hat mich schon viermal... Jetzt gehe ich doch schon wieder... Und wir spawnen schon wieder bei dem. Was ist das denn? Und schon wieder. Sechs Mal hat er mich jetzt schon. Und gewinnt dann die nächste Runde. Was ist mit den Gegnern? Die ruckeln aber auch rum. Wie verrückt. Wir werden hier dominiert. Aggressiver werden. Bravo gesichert. Feindliche Drohne gesichtet. Sichern Alpha. Feindliche Drohne nähert sich. Wo war denn? Wir haben den Kampf verloren. Neu gruppieren und nochmal. Oh Gott. 3 zu 13. Das ist bestimmt das schlechteste Spiel bisher. Aber irgendwas passt gerade nicht. Keine Ahnung. Irgendwas stimmt nicht. Das war gerade die Diamanttarnung. Oder? Diamant? Diamant. Was ist denn hier? Das darf nicht ruckeln. Das ist eine Animation. Das ist nicht ein Online-irgendwas. Das ist eine Animation. Das wird nicht mit dem Server synchronisiert. Achtung. Feindliche Hater im Operationsgebiet. Alpha gesichert. Da ist der schon da. Feind hat Bravo eingenommen. Achtung. Feindliche Konterdrohne ist aktiv. Wo kommt der jetzt schon wieder? Haterheit, Einheit erledigt. Was ist das denn? Die Verbindung, die ist doch voll voll ein Arsch. Outrider ausgeschaltet. Bei dem nicht. Warum? Rausichern Bravo. B gesichert. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Ist das immer der gleiche? Das ist doch immer der gleiche, oder? Das ist immer der gleiche, der mich kippt. Das kann doch nicht sein. Feindliches verstandtes Geschütz im Operationsgebiet. Feindlicher Hater entdeckt. Wir verlieren A. Wir verlieren B. Achtung. Feindliche Konterdrohne ist aktiv. Der weiß, wo ich... Feindliche Vorräte über uns. Die Wetten, der kommt gleich wieder her. Ich wette, dass ich den gleich wieder irgendwie glaube. Na klar, jetzt habe ich ihn. Endlich. Endlich habe ich ihn mal. Spielverderber. Wir verlieren Alpha. Den kriegt man nicht. Guck mal, wie der laggt. Ist das jetzt wegen mir oder wegen dem? Ich kapier das nicht. Ist das eigentlich schon egal, der ist so klar drumherum. Ey, ne, die Verbindung ist ja wirklich für den Arsch. Guck mal, der läuft schneller als ich. Konterdrohne ist aktiv. Achtung. Feindliche Vorräte von oben. Der ist irgendwo... Drohne bereit zum Einsatz. Sichern B. Auf 10.000 Fuß über Normal Null. Feindlicher Heldstorm unterwegs. Feindliche Winklag. Ich habe die Drohne nicht... Was? Wahnsinn. Das ist die. Was habe ich denn da getroffen? Was habe ich denn da getroffen? Bitte gerade. Wir verlieren C. Sichern Bravo. Sichern A. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Wir verlieren Charlie. Das ist doch nicht mehr... Äh... Wie? Ernsthaft? Haben die denn jetzt gekillt? Das ist immer der gleiche. Der töttet mich die ganze Zeit. Ich treffe die nicht. Und dann, wenn ich ihn treffe, bin ich tot. Das ist doch... Übersteuern A. Schützernse. Ja, diese Tempoabschlüsse-Dinger muss ich jetzt mal in einer Runde machen. Naja. Sollte ich eigentlich hinbekommen, aber... Irgendwie dann doch nicht. Immer da weg. Hinter mir. Schon wieder der. Der macht... Der kennt mich die ganze Zeit. 13 und 25. Das gibt's doch nicht. Wir verlieren 10. Der ist der Leicht. Feindliche Drohne gesichtet. Wir verlieren Bravo. Feindliche... Das ist doch schon ein hoher Rahmen. ...in der Luft. Radar offline. Der Feind hat 10. Wir werden hier dominiert. Aggressiver werden. Sichern Bravo. Die Drohne ist bald vorbei. Macht das wieder wett. Oh, Feuerwerfer. Flammen. Sichern Sie. Jetzt spawn ich sogar bei A. Ernst? Alpha ist abgesichert. Wer ist der? Wenn ich jetzt ein bisschen mehr gekillt hätte, hätte ich sie vielleicht schon noch bekommen, die Trophäe, aber nö. So nicht. Ne. Ne. Also, ja. Weiß ich nicht. Da war wieder Verbindung so halb. Äh, nicht da. Wieder da. Weiß ich nicht. Ich weiß halt, ich kapite gar nichts mehr mit der Verbindung. Am Anfang war das doch auch nicht so. Warum ist das jetzt so? Gegen Doppel-DEP haben die da irgendwas kaputt gemacht oder so? Keine Ahnung. Es gibt keine Worte, um das zu beschreiben. Vielleicht weil Freitag ist. Auf ganzer Liebe gescheitert. Freitags, äh. Das war gar nicht mal scheiße. Gut gemacht. Ja, der, ey. Der mich einfach die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Nur er. Er hat gerade das Grab geschaufelt, einen reingelegt und zugetrampelt. So geht das. So geht das. So. Gucken wir jetzt mal, was ich für das MG bekommen habe. Habe ich ja in der vorletzten Folge, äh, vorletzten Folge, vorletzten Runde, also in der letzten Folge, äh, was war ich geschaltet und habe da nicht mehr reingeguckt. Gucken wir mal. 25. Oh, 1, 2, 9er Quote habe ich noch. Also Sieg-Niederlagenfeld. Ich glaube, wie gesehen habe ich jetzt die K-N-I, irgend sowas. MG, was haben wir denn da? Visier und, äh, ein Griff. Ein Griff ist gut. Eine Tarnung, ja. So, dann haben wir bei, äh, dir. Neue Tarnung. Und hier haben wir was Neues. Ne, haben wir nicht. Wo war denn das? Hier haben wir was Neues freigeschaltet. Ja. Scharfschütze, toll. Braucht keiner. Aufsatz haben wir noch freigeschaltet. Ein Schalldämpfer. Eine Taktik daraus. Dann haben wir noch einen Schalldämpfer da drauf. Was habe ich noch neu jetzt? Nur eine Wildcard. Zwei sogar. Aber die Wildcard sind wir eigentlich nicht. Kriegt man eigentlich hier was. Achso, ne, das ist, das ist die Waffe. Achso. Die Waffe, die nimmt doch. Man soll doch mal die in die Hand nehmen. Meteor. Jetzt blüht man noch eine andere Map. Ich habe gar nichts ausgewählt gehabt, ne? Gut, vielleicht kriege ich es ja... Ich spiele einfach nicht auf die Trophäe. Ich mache einfach, spiele einfach auch Gutes. Irgendwann kriege ich sie. Ja. Wir haben es geschafft. Und danach nehmen wir, glaube ich, schon mal eine neue. So sieht's aus. Wenn ich das mal sagte, was richtig. Ja klar, jetzt ist es nicht. Oh, da unten. Knapp. Ich bin halt immer noch in der Eingewöhnungsphase, kann man sagen. Okay, was? Abgang. Hab ich den noch bekommen? Ne, der ist doch jetzt einfach gestorben, oder? Ich komme hier nicht mal aus der Basis raus. Komm, hoch. Tier hoch. Na, retter und überlebender. Und damit bin ich auch geschoben. Was sind die denn? Achtung, feindliche Drohne näher zieht. Übersteuerung bereit. Feindliche Drohne näher zieht. Steuerung. So. Das ging jetzt. Wir verlieren. Wieso setze ich das eigentlich immer ein, sofort? Und wieso verlieren wir... Wieso... Ey, das ist doch jetzt wieder so ein... ...die ganze Zeit Spawn-Tot. Spawn-Achtung. Mehrere feindliche Konter-Drohnen in der Luft. Wir werden hier dummiert. Die Positionen da einnehmen. Charlie wird gesiert. Da ist er. Ey, das ist doch jetzt nicht in ihr Ernst. Feindlicher Hater entdeckt. Sichern A. A gesichert. Abgeschossen. Feindlicher Energiekern online. Halt. Heißt BMP, du. Profit zerstört. Das stört mich auch nicht, wenn ich nichts sehe. Gewerfen hätte ich es auch nicht können. Treffen du hier so oder so? Ja, das ist doch jetzt vollgespawnt. Ich treppe jetzt hier. Das kann doch nicht. Achtung. Feindliche Konter-Drohne ist aktiv. Charlie wird gesichert. Wir verlieren Alpha. Wir werden hier dominiert. Aggressiver werden. Sie ist abgesichert. Achtung. Feindliche Drohne nähert sich. Was? Bist du sch... Du, 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 blablabla. Bereit zum Überrennen. Ist das schon wieder der? Nein, das ist ein anderer. Ne, das ist wieder der gleiche. Hä? Oh, nö. Ich sollte aus der Lobby rausgehen. Ich bin zugekommen. Ich gehe nochmal rüber. Den kriegt man nicht. Den kriege ich nicht. Ich müsste das auch mal... Ja, das blöde ist, wenn ich das einsetze, dann sterbe ich das raus. Assist, ja. Ja, guck. Was ist das denn hier? Was ist das denn? Ich verliere die ganze Zeit. Das kann doch nicht sein. Hat er beide. Ernsthaft? Beide. Überrennen. Sichert das Ziel. Sichern A. Feind hat Charlie eingenommen. Alpha ist abgesichert. Feindliche Drohne gesichtet. Feindliche Vorräte über uns. Feindlicher Hater über uns. Feindlicher Energiekern online. Feindliche Drohne nähert sich. Ne, das bin ich ja überhaupt nicht ernst. Achtung. Feindliche Konterdrohne ist aktiv. Der kann aber noch anvisieren. Ernsthaft? Weißt du, wir sind nicht mehr, aber das hier geht noch. Hä? Warum? Feindlicher Energiekern online. Feindlicher Energiekern online. Ja, wie geil ist das denn? Achtung. Feindlicher Hater im Operationsgebiet. Ich glaube, das ist ein... Hä? Wie komme ich denn jetzt da hoch? Hä? Da steckt man nicht. Aber da steckt man immer. Wieso ist das denn jetzt so... Das ist doch... Das ist ein Scheiß. Oh, da hat er einen... Da ist die Verbindung schon wieder. Ihr sträft ihn voll und dann passiert nichts. Was ist das? Ey. Das... Das Bewegen fehlt, ist nicht mehr... Füßig. Das macht doch keinen Sinn einfach. Ich meine, das ist... Kann ja mal sein, dass die Gegner so gut sind, dass man Geist hinbekommt, aber dass die Verbindung so scheiße ist. Schon wieder... Was ist das? Ihr sträft doch. Also... Die können mir sagen, was sie wollen, ich hab sie getroffen. Erledigt. Also... Bedrohung neutralisiert. Das ist nicht... Alle raus, oder? Alle raus, oder? Charlie wird gesichert. Ich glaube, ich stelle mich jetzt irgendwo in der Ecke und bleib da. Raus gehen, also ich geh aus keinem Spiel raus, das hab ich, äh... Die Runde ist bald vorbei. Wenn... Das ist total scheiße, aber das ist mir egal. Nicht so wie anderen Leuten. Die Runde wird gesichert. Charlie wird gesichert. Abschuss. Ja. Abschuss. Also bei vollem Balken. Und das immer noch sagen kann, die Verbindung ist... Schlecht. Hat wohl nicht verstanden... Grässliche Leistung, CDP. Die so Server da sind. Verdammter Mist. Also die Server jetzt. Die Zahlen zeigen schlechte taktische Maßnahmen. Nein. Der Server war nur scheiße. Weil... Wenn's... Nicht auf dem Server wäre, dann würde... Irgendeiner... Volle Balken haben und alle anderen nicht. Und dass die zwei da keine Verbindung haben, verstehe ich auch nicht so ganz. Aber die sind neu dazugekommen. Keine Ahnung. Dafür bezahlt mal online. Ernsthaft, ey. Ernsthaft. Das gibt es ja nicht. Gut, dann geh jetzt mal aus dem Server raus. Mach für nächste Folge mal einen anderen. Soll es erstmal hier... Was hab ich jetzt eigentlich? 0,75 ist mein Durchschnitt. Ja, toll. Äh, gut. Dann sag ich mal... Ich hoffe, es hat euch wenigstens gefallen. Oh Gott. Na ja, gut. Also dann sag ich bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.